Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Wizard101 mit der Fanny. Ich habe jetzt gerade gesehen, ich habe in der letzten Folge leider den Kampf mit dem Boss verkackt, aber nur ganz leicht. Jetzt habe ich gesehen, ich wollte mich eigentlich auslocken, aber es ist ein Dungeon. Ja, ich vermute mal, wenn ich mich jetzt auslocke, muss ich auch den ersten Boss nochmal machen. Also gehe ich jetzt wieder herein, habe mir jetzt auch eine Flasche genommen und probiere diesen Kiki halt nochmal, aber ich werde mir jetzt heute noch einen Säugner nehmen. Ja, da bin ich jetzt knallhart, ich nehme jetzt einen Säugner. Säugner, da ist er, den kaufe ich mir. Perfekt. So. Der war auch lieben, ne? Ist aber nicht schlimm, weil er soll mich eigentlich nur aufnahmen. Ich werde mir erstmal eine Klinge machen. Oh, ich fange diesmal sogar an. Sehr nice. So, weil den muss ich jetzt unbedingt schaffen. Ich habe den auch in der letzten Folge, also in der gestrigen Folge, mit Ach und Krach fast geschafft. Ja, aber nur fast. So, vielen, vielen Dank. Und ich muss sagen, dass mein Sirenenzauber sehr geil ist. Mir gefällt der Zauber richtig gut. So, dann werde ich jetzt dem noch eine Falle stellen. So. Sehr gut, der macht das weg. 39 Punkte hat er verloren. Von 6000 noch was. Okay, der geht jetzt auf uns alle. Das ist auch ein richtig schöner Zauber. Den habe ich mit meinem Lehm-Profil. Kritisch. Ah, wir haben es beide nicht geblockt. Okay, es geht. Es geht. Ja, das ist so ein Pip-Ding. Verdammt. Hallo. Aber ich habe jetzt einen starken Söldner an meiner Seite, der mir jetzt auch einen Satyr gibt. Der abweckt. Ja, wobei, komm, ich mache den weg. Ist egal. So, dann werde ich den jetzt auch kitzeln. Einmal. Au, ich Idiot. Ja, ich habe das Schild vergessen. Naja, ist egal. Ich habe die Klinge vergessen, die ich bekommen habe. Naja. Passiert. Jetzt habe ich mir vor allem auch auf die Stuhl gehauen. So vorwiegend, ach du Scheiße. So die typische Geste. Und schon wieder kritisch. Der nervt mich. Oh, okay. Okay. Oh, oh. Guck mal, wen wir da haben. Was habe ich da jetzt eigentlich? Minus 15 Prozent. Okay. Ähm. Ja, komm. Noch einmal so einen kleinen Zauber. Sehr gut. Das sieht man nix, ne? Weil er so viel Leben hat. Deswegen ist es immer noch grün. Vielen Dank. Sehr aufmerksam von dir. Also so ein Lebenssoldner, der Salwurst, der ist richtig gut. Für 40 Kronen kann man sich den wunderbar gönnen. Oh, Scheiße. Ja, jetzt macht er sich selber heile. Ist auch gut. Ja, macht das, mein Freund. Ich habe verpatzt, ne? Das ist so ärgerlich. Oh ja, die haben es auf ihn abgesehen. Okay. Lass ich mal weg. Jetzt mache ich mir mal hier diesen Aura-Ring-Schutz. Was auch immer. Ja, ja, die haben es voll auf ihn abgesehen. Guck mal. Wow. Jetzt kann sein, dass ich ihn noch in so einer holen muss. Wenn es so weiter geht. Okay, ich habe so viele Pips, Leute. So, und dann mache ich mir noch mal den. Und dann habe ich nämlich zwei Klingen. Und alles Schulzaubern, ne? Bis auf der eine. Ach, kommt schon. Lass ihn in Ruhe. Komm, alles mal los. Ah, super. Er halte sich jetzt mit einem Baum. Das ist gut. So, ich würde jetzt hier meinen Orkan mal machen. Den habe ich schon ewig nicht mehr benutzt, ne? Kritisch. Aber der kostet mich jetzt auch alle Pips, ne? Oh, 5222 hat er verloren. Ja, cool. Genau, lade ich mal schön auf. 1,6 hat er wieder gekriegt. Wahnsinn. So, er hat noch 1,5. Ich habe leider keine Pips, deshalb muss ich jetzt erstmal ohne auskommen. Also, mit kleinen Zaubermann, nicht? So, er hat nur noch 1,4. So, sehr nice. Ey, der lädt sich hoffentlich jetzt aber nicht auf, ne? Das wäre so übel. So, dann machen wir noch mal einen kleinen. So. Okay. Okay. Ein guter. Wie gehe ich mal mit dem jetzt los? Sehr nice. Kritisch. Super. Jo, Mann. Ich habe es geschafft, aber nur durch den Söldner. Vielen Dank, lieber Söldner. Nun, wo ich geschlagen bin, will ich meinen ewigen Schlaf fortsetzen. Ja, das kannst du jetzt auch machen, mein Freund. So. Okay. Finne. Ne, das ist mir noch zu weit. Vielleicht ist es der andere. Das ist schon besser. So, eigentlich wollte ich ja auch die Folge hochladen. Die eine. Wenn die verspätet kommt, es tut mir leid. So, hier muss ich rein, ne? Aber das ist doch jetzt kein... Kein Dungeon. Ja, ich weiß nicht. Ich mache das mal lieber zu Ende. Ich traue dem Frieden hier irgendwie nicht. Nicht, dass ich denn alle wieder machen muss, wisst ihr? Ja. Wie wundervoll. Ein magischer Leckerbissen. Ja. Und da werde ich mir auch gleich den Söldner nehmen. Mache ich jetzt hier kurzen Prozess. Mit den Schmieraffen hier. Naja, 5000. Ihr habt ja wohl einen Arsch offen. So. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen... Naja, obwohl. Das ist ja so, als würde ich... Ähm... Sag schon, wie heißt denn das? Mit jemand von euch spielen. Na? Also, das ist ja eigentlich kein Cheap. Ey! Ach, neun Punkte. Gott sei Dank. Es hätte aber auch 1000 werden können. Oder sogar 10.000, ne? Glaube ich. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, dann werde ich erst mal ihn bestücken. Ach, der ist auch Sturm. Okay. Dann bräuchte ich ja einen Prisma bei ihm. Ein bisschen was, dann haue ich den da rauf. Sturm und Mythos. Ihr wisst, ne? Gegenteilschule. Kein kritisch geblockt. Ja, das kenne ich von Sturm nicht anders. So, kritisch. Ja, fast 300. Ist doch ordentlich. Ja, 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 ja. Dann mache ich den mal... Ne, ich mache erst mal den rauf. Na ja, 783 ist aber schon ordentlich. Dafür, dass es meine eigene Schule ist. Ich habe nur noch 1,4, ne? Äh, 860. Ich könnte unser Tür oder so gebrauchen, mein Freund. Ah, nicht verpatzt. Wunderbar. Kritisch. Sauber. Selbst der Sturmzauberer hier ist weg. Perfekt. Oh, ich bekomme die magische Hand. Wunderbar. Oh, was? 1.150? Okay. Jetzt bin ich mal gespannt gleich. Ach so. Ne, okay. Ich wollte gerade sagen. Okay. Das war wahrscheinlich der Gesamt, ähm, Lebens-, ähm, Beber, Anzahl oder so. Aber ich bekomme noch eins der Tür. Danke schön. Na, da ist die Fanny wieder glücklich und fast voll. Okay, jetzt habe ich hier einen Prisma, den brauche ich jetzt aber nicht. Ähm, ich mache den auch gegen rauf. Okay, wieder kritisch. Oh, mein Haustier lebt auch. Sehr gut. Hat aber einen grafischen Fehler. Na gut. Ah, der zaubert auch ein bisschen mit. Sehr gut. So, dann haue ich den jetzt rauf. Ich hoffe, der klappt auch. Na. Und wieder fast voll. Sehr gut. Und fertig. Bye, mein Freund. Bye, mein Freund. All das Kämpfen hat mich sowieso ermüdet. Also zurück in das große, weite Land des Jenseits. Ja, das, das hat er aus Trotz gesagt. Okay, 70. Okay. Sprich mit. Okay. So, eine Kurke kann ich mir noch mitnehmen. Ach, alles klar. Danke, dass du diese Geister zurückgeschickt hast. Ohne deine Hilfe hätte ich das nicht so leicht bewerkstelligen können. Sehr gern, mein Freund. So. Habe ich jetzt noch irgendwas in der Savanne offen? Sieht nicht danach aus, oder? Ne, nur noch Zamunda. Okay. Dann gehe ich mal in die Beobab-Kreuzung. Aber hier ist noch was offen. Ich soll sie ja noch fragen. Okay, alles klärchen. Aber da komme ich ja noch nicht hin. Gut. Dann gehen wir einfach wieder nach Zamunda. So, hier ist ja das Umland. Soweit ich es jetzt irgendwie verstanden habe. Laut Affe. So. Und ich soll mich ja hier wieder diesen Nashörnern widmen. Okay, meine Lieben, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben jetzt noch einen kleinen Abstecher in die Savanne gemacht gehabt. Aber ab der nächsten Folge geht das dann hier weiter. Vielen, vielen Dank für alles, meine Lieben. Fürs Zuschauen, für eure Kommis, für eure Däumchen natürlich. Und schön, dass ihr immer wieder reinschaut. Habt tausend Dank. Ihr seid echt die Besten. Macht es gut, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.